Maya Marano war eine deutsche Schauspielerin. Leben, Herkunft, Ausbildung und Theater Maya Marano wurde im März 1961 im niedersächsischen Nienburg, Weser als Tochter eines Architekten geboren. Nach der frühen Scheidung der Eltern – Marano war damals zwei Jahre alt – wuchs sie bei ihrer Mutter und ihrer Großmutter auf. Bereits während ihrer Schulzeit entwickelte Marano das Interesse am Schauspiel. Sie spielte im Schultheater, wo sie erstmals mit ihrem schauspielerischen Können positiv auffiel. Ihre Schauspielausbildung erhielt sie von 1978 bis 1981 an der Schauspielschule Bühnenstudio in Hamburg. Daneben wurde sie von der Schauspiellehrerin Anne-Marie Marx-Rocke in den Fächern Schauspiel und Musical unterrichtet. Anschließend wurde Marano von den städtischen Bühnen in Lübeck engagiert, wo sie in der Spielzeit 1981 82 in Ich steig aus und macht ne eigene Show zu sehen war. Danach kehrte sie zurück nach Hamburg an das Thalia Theater, wo sie unter anderem in dem Theaterstück ein interessanter Tag wirkte. Film und Fernsehen 1983 gab Maya Marano im Alter von 22 Jahren unter der Regie von Ulrich Stein in dem Spielfilm Tage im Hotel als junge Sarah Lenhardt ihr Filmdebüt. Danach sah man sie in der Kriminalfilmfernseerei Tatort, wo sie in der Folge Täter und Opfer als Sanafar-Mitarbeiterin Ute Bernet, die zum Vergewaltigungsopfer wurde und Monate später nach der Ermordung ihres Werkewaltigers unter Mordverdacht steht, zu sehen war. Schließlich übernahm sie in der Folgezeit weitere Rollen im Tatort. In der vom Bayerischen Rundfunk produzierten Folge Programmiert auf Mord, dem ersten Fall von Kommissar Otto Brandenburg, übernahm sie die Rolle der Steffi Neuhaus, die von ihrem ehemaligen Firmenkollegen Struwe erdrosselt wird, nachdem sie ihn an der Stimme erkannt hat. Im letzten Schiemanski-Tatort der Fall Schiemanski spielte sie die Frau des Staatssekretärs Zech, Nora Zech, die unter dem falschen Namen, Corinna, auf einem Campingplatz an der Ruhr die Sympathie von Kommissar Schiemanski erregt und mit ihm ein Schäferstündchen verbringt, das für Schiemanski später einen Bestechlichkeits- und sogar Mordvorwurf nach sich zieht. Zuletzt verkörperte sie im Bremer Tatort die Liebe der Schlachter des Ermittlerduos Lürsen und Stedefreund die Metzgermeisterin Lisa Pietsch, die herausfindet, dass ihr Mann Hans seit fünf Monaten ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat und als sie diese zur Rede stellen will, es bei einem Handgemenge zu einem tödlichen Sturz der Geliebten ihres Mannes kommt. Ihren Durchbruch als Fernsehschauspielerin hatte Marano 1989 in der elfteiligen ZDF-Serie Rivalen der Rennbahn als schöne, intrigante Millionärsgattin Silvia Gruber, die eine Affäre mit dem Ex-Jockey und Pferderennstalleiter Christian Adler eingeht. Sie selbst erinnere sich – laut eigener Aussage – nicht gerne an diese Rolle zurück. Von 1989 bis 1991 war sie als Sekretärin Annette in 21 Folgen neben Stefan Fleming und Paul Hubschmidt in Marco Serafines Fernsehserie Jolly Joker zu sehen. Eine weitere durchgehende Serienrolle hatte Marano von 1992 bis 1993 an der Seite von Uwe Friedrichsen und Andreas Schmidtschaller als Barbara Fabian in der Fernsehserie Oppen und Ehrlich. Daneben wirkte sie auch in vielen weiteren Fernsehserien wie beispielsweise Ein Fall für zwei, Soko München, Derrick, Der Alte und Schischka mit. Von März 1994 bis Januar 2016 war Maya Marano durchgehend in insgesamt 63 Folgen der ZDF-Krimi-Reihe Ein starkes Team zu sehen, in der sie neben Florian Martens als Kriminalhauptkommissarin Verena Bertholdt die weibliche Hauptrolle übernahm. 1999 erhielt sie gemeinsam mit Florian Martens für ihre Darstellung in der Folge Ein starkes Team, Braunauge den goldenen Gong. Am 24. August 2015 wurde bekannt gegeben, dass sie aus der Serie ausscheidet und sich künftig verstärkt Einzelfilmen widmen wolle. Die letzte abgedrehte Folge mit Maya Marano wurde am 9. Januar 2016 posthum unter dem Folgentitel geplatzte Träume ausgestrahlt und war mit 8,18 Millionen Zuschauern der Quotensieger des Tages. Die Dreharbeiten ihrer ursprünglich letzten Folge als Verena Bertholdt mit dem Arbeitstitel Berliner Häuser wurde aus gesundheitlichen Gründen Maranovs abgebrochen. In dem Fernsehkrimi Donna Leon – Vendetta, dem Auftaktfilm der Donna Leon-Verfilmungen, spielte sie die Reisebüroleiterin Regina Ceroni, die sich des Doppelmords an dem Anwalt Carlo Trevisan und eines Steuerberaters aus Padua bekennt, weil sie einst durch Menschenhandel nach Venedig gekommen war. Im Polizeiruf 110. Vom Himmel gefallen war sie die Nachtclub-Besitzerin Johanna – Jo – Klausen. Bei dem Pilotfilm der ZDF-Krimireihe Kommissarin Lukas – Die blaue Blume, war sie an der Seite von Alexander Held als Ingrid Kürten, deren fünfjährige Tochter zunächst vermisst und später tot aufgefunden wird, zu sehen. Im sechsten Fall der ZDF-Krimireihe Nachtschicht – Blutige Stadt, spielte sie an der Seite von Uwe Kockisch die Ramona Neumann. Ein weiteres Mal sah man sie bei dem 13. Fall der Krimireihe in der Episode Der letzte Job, wo sie mit der Rolle der zwielichtigen Flüchtlingsheimleiterin Olga König ihre letzte Fernsehrolle übernahm. Mehrfach besetzte Dieter Wedel Maya Marano in seinen Mehrteilern. In dem fünfteiligen Fernsehthriller Der Schattenmann übernahm sie die Rolle der Sängerin und Nachtclub-Besitzerin Michelle Berger. Es folgte 1998 mit dem sechsteiligen Fernsehdrama Der König von St. Pauli, wo sie die Prostituierte Mitzi spielte, sowie mit der achtteiligen Sat. 1-Fernsehserie Die unbestechliche, in der sie neben ihrem Schauspielkollegen Florian Martens die Titelrolle der alleinerziehenden Gerichtsreporterin Silvia Brandt übernahm, erneute Zusammenarbeiten mit Dieter Wedel als Regisseur und Produzent. 2002 war sie nochmals unter seiner Regie in der sechsteiligen Fernsehserie Die Affäre Semmeling in einer Nebenrolle als Reporterin Katja Aschberg zu sehen. Wiederholt arbeitete sie auch mit dem Regisseur Matti Geschonek zusammen, der sie meist als Charakterdarstellerin in Hauptrollen besetzte. In dem Thriller Späte Rache war sie als Heide Klenz, die Ehefrau des Chefarztes Michael Klenz, zu sehen. In dem Filmdrama Liebe Schwester verkörperte Marano die erfolgreiche Anwältin Lea Spielhagen, die nach der tödlichen Brustkrebserkrankung ihrer Schwester Judith W. Lassek zu einem neuen Wertesystem findet. In dem Melodram Liebe nach dem Tod spielte sie Greta Bücking, die wie Paul Marquardt nach dem plötzlichen Tod der jeweiligen Ehepartner erkennen muss, dass Ehemann Lutz eine Affäre mit Marquards Frau Karin hatte. In Zeit zu leben übernahm sie die Hauptrolle der Meeresbiologin Annabelle Kohut, deren Vater als auch deren Mutter beschlossen haben, in Holland ihrem Leben ein Ende zu setzen. In dem Kriminalfilm Hinter blinden Fenstern, der frei auf dem gleichnamigen Roman von Friedrich Arnie basiert, war sie als SM-Club-Besitzerin Clarissa Weberknecht zu sehen, deren Lebensgefährtin, die prostituierte Dina Schmidt, im Olympiapark erstochen wird. In Eine Frau verschwindet Van Leeuvens erster Fall spielte sie die an Alzheimer erkrankte Simone Van Leeuwen, die Ehefrau des Kommissars Bruno Van Leeuwen. Daneben arbeitete sie auch mit anderen namhaften Regisseuren zusammen und wirkte in weiteren verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen. Unter der Regie von Dietmar Klein stand sie in Südafrika und in Berlin für den zweiteiligen Fernsehfilm das Glück am anderen Ende der Welt an der Seite von Heiner Lauterbach als Hannah Westphal, einer erfolgreichen Managerin bei einem großen Berliner Molkerei-Unternehmen, vor der Kamera. In Dror Zahaves Filmbiografie Mein Leben, Marcel Reich-Ranicki war Marano als Helene Reich in der Rolle der Mutter des deutsch-polnischen Autoren Marcel Reich-Ranicki zu sehen. Johannes Grieser besetzte sie für den Psychothriller Mord in bester Familie als Manuela Lorenz, die gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Jens Mattern das familiäre Sägewerk von ihrem Vater übernehmen soll. In Dominique Grafs historischen Liebesdrama Die geliebten Schwestern übernahm Marano als Charlotte von Stein die Rolle der Patentante von Charlotte von Lengefeld. Maya Marano betätigte sich daneben als Sprecherin von Hörbüchern und Hörspielen. Sie sprach unter anderem das im März 2008 erschienene Hörbuch zu Sizilien und Palermo. Eine literarische Einladung ein. Am 22. September 2008 wurde ein weiteres von ihr eigen LS&S Hörbuch im Verlag C. H. Back zu Lektionen der Stille. Klassische Zen-Texte. Wenn du jenseits von Liebe und Hass bist, ist alles so klar wie das helle Tageslicht, das von klassischen Zen-Meistern handelt, veröffentlicht. Privates Maya Marano war ab Ende der 1980er Jahre mit Zacharias Prehn, den sie bei den Dreharbeiten von Rivalen der Rennbahn kennengelernt hatte, liiert. Mitte der 1990er Jahren lebte sie zwei Jahre lang mit ihrem Schauspielkollegen Florian Martens zusammen. Danach war sie mehrere Jahre mit dem Schauspieler Christian Red liiert. Zudem hatte sie eine kurzzeitige Beziehung zu ihrem Kollegen Andreas Schmidt-Schaller. Anfang 2013 plante Marano eine längere USA-Reise, die mit den Dreharbeiten für ein starkes Team, die Frau des Freundes kollidierte. Noch im selben Jahr wurde bei Maya Marano Brustkrebs diagnostiziert, der später Metastasen bildete. Sie war bis Mitte Dezember 2015 in der Charité in Berlin-Mitte in Behandlung. Am 4. Januar 2016 erlag sie im Alter von 54 Jahren ihrem Krebsleiden. Ihr Grab befindet sich auf dem Südwestkirchhof Stahnsdorf, südwestlich von Berlin. Maya Marano, die ihr Privatleben weitgehend vor der Öffentlichkeit abschirmte, lebte zuletzt in Berlin-Charlottenburg. Auszeichnungen 1999 – Goldener Gong zusammen mit Florian Martens für ihre Darstellungen in ein starkes Team – Braunauge. Stahnsdorf 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 Untertitelung des ZDF, 2020